Willkommen zu Auf ein Wort vorm Regal. Nur ganz kurz und auf die Schnelle, denn heute ist eine Menge los bei uns, aber das liegt mir doch am Herzen und ich wollte es eben loswerden. Ich freue mich riesig darüber, dass wir eingeladen, ja aufgefordert worden sind, uns doch bitte als Agentur des Jahres zu bewerben für den PR Report Award. Das ist sozusagen der Oscar der PR-Branche. Und in der Tat hätten wir ja vielleicht eine Chance, den Titel auch zu gewinnen, denn in diesem Jahr haben wir uns neu organisiert, haben neue Leistungsbereiche wie ein Brand Engagement Team, ein Videoteam ins Leben gerufen. Wir haben etwa 20 neue Kunden gewonnen, wie zum Beispiel Best Lotto, HRS, Advocat, Fritz Kohler, McCain und viele weitere. Wir haben bestehende Kunden gehalten. Wir haben unseren Honorarumsatz um 20 Prozent steigern können und ganz massiv in Förderprogramme für Mitarbeiter investiert. Aber in den vergangenen vier Jahren sind wir doch schon für diesen Titel Agentur des Jahres nominiert gewesen und irgendwie hat es nie so richtig geklappt. Vielleicht sollten wir einfach mal pausieren und es anderen Agenturen, die das Jahr auch jetzt mal machen mit Blick auf Awards, nachtun. Also nichts für ungut. Dieses Jahr pausieren wir und konzentrieren uns eher darauf, das Jahr mit ruhiger Hand erfolgreich abzuschließen.